Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei... Wo sind wir hier? Tagdown, ja? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Also im ETA kann ich ja bis jetzt noch nicht sein. Hehehehe. Selbstis. Selbstis. Höhöhöhöh. So. Ich glaube das reicht nicht. Zone. Da haben wir es doch. So. 50. Jetzt ist es aber mal gut hier, ja? Nee. Es ist immer noch ein freies Land. Ja. Ja. Ich habe es eben verboten nicht so viel zu sagen. Was? Nein. Das ist ja jetzt völlig falsch. Nicht so viel zu reden. Moment mal. Nein. Wenn ich das verbieten würde, dann müsstest du ja mehr reden. Hehehe. Nein. Hehehehe. Wenn du mir verbieten würdest zu reden, dürfte ich nicht reden. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe dir verboten mehr zu reden. Nein, nicht mehr zu reden. Achso. Hä? Was? Jetzt verwirrst du mich total, Alter. Hehehe. Wow. Guck dir den Dschungel-Wat-Baum, Alter. Was für einen Dschungel-Wat-Baum. Was für einen Dschungel-Wat-Baum. Ja, das ist Overpro. Guck dir den an, Mann. Guck dir den an. Sieh sie dir an. Sieh sie dir an. Sieh sie dir an. Warum hast du hier unten keine Workbench, Alter? Eine Workbench. Weil ich unten keine Workbench brauch. Du bist ja total uncool. Wie ist es eigentlich mein Game so laut? What the fuck? Und warum klingelt jetzt mein Telefon? Das ist auch eine gute Frage. Ja, Art. Ich bin mal kurz weg. Unprofessionell. Alalala. Ich brauche nur eine Säge. Haben wir hier eine Säge irgendwo? Ich muss übrigens mal mein Inventar ein bisschen ausscheißen. Weil es ist schon wieder so scheiße voll. Das kann auch dann mal weg. Die Redstone Energy Cell muss ich dann auch noch machen. Wir haben mit dieser Folge viel zu tun. Beziehungsweise mit diesen Vollgennen, die jetzt kommen. So, jetzt brauche ich eine Handsaw. Oh, hier haben wir noch eine. Und die Crafting Rezepte will ich auch noch ein bisschen ausbauen. Da habe ich auch noch ein bisschen was vor. Das kommt aber jetzt erst gleich alles. Ein bisschen Glas habe ich noch gebraucht. Ah, dass das System nicht oben hat. Das ist so behindert. Da muss man nochmal hierher gehen. Oder ich will mir dann mal so... Ich habe ja da schon auch eine neue Idee für neue Systeme. Ich will mir ein ME-System bald mal basteln. Und mit dem ME-System können wir dann Wireless mit so einem iPad im Prinzip auf unsere Items zugreifen. Das wäre ziemlich geil. Da müssen wir aber dann erstmal schauen. Ich habe mich da noch gar nicht so reingedacht quasi. Da muss ich dann erstmal gucken, wie das funktioniert alles. Und jetzt machen wir aber erstmal hier mit Marble Bricks Labs erstmal hier das Ganze krass weg. Und ähm... Ich glaube... Dann stellen wir das zu Lampinnen nochmal um. Eigentlich ist es ja gut so. Gehen wir einfach hier mal so... Immer diese Familie. Drumherum. Hallo. Na ja. Unprofessionell, ne? Unprofessionell. Ja, ja, ja. Kennen wir. Kennen wir doch. So, ich habe gerade davon gesprochen, dass wir demnächst ein ME-Itemsystem noch dran basteln werden. Also an unser zusätzliches Lagersystem noch. Oder vielleicht ersetzen wir das damit auch. Keine Ahnung. Ähm... Und das ME-Lagersystem, damit können wir dann Wireless auf unsere Items zugreifen. Mhm. Aber nur halt auf unserer Insel, weil die Reichweite davon begrenzt ist. Mhm. Und wir sonst immer überall solche mit Kabeln angeschlossen an solche, ja, Repeater im Prinzip haben müssen. Mhm. Das könnte also ein bisschen zum Problem werden. Versteigen Sie? Versteigen Sie? Ja, ja. Ich verstehe. Wie sieht es eigentlich mit deiner Rüstung aus? Hast du da mal weiter gebastelt? Welche Rüstung? Deine Power Armor zum Beispiel. Die finde ich ja nicht mehr. Dann mache ich dir eine neue. Ich habe doch gesagt, dass das Ding ins... die vielleicht genau... Du kannst dir da sogar was selber machen, weil dafür können wir alles im System craften. Ja, ich habe sie mir damals selber gemacht. Aber irgendjemand hat mir die geklaut. Ich will jetzt keinen angucken. Also... Ich habe sie nicht. Ja, hier ist jetzt sowieso keiner. Oh. Ja. Ach nein, kein Creative Mode. Ah, es wird immer schlimmer. Du kannst dich nicht mehr rausreden. Du musst dir eingestehen, dass du Cheater bist. Nee. Doch. Och. Äh... Bitte haben kleine Finger. Das weißt du doch. Ja, ich habe es abgeändert. Ich... ähm... Sag dazu jetzt mal gar nichts. Da ist er ruhig. Da ist er ruhig. Wie kriegt man denn diesen Scheiß hier hin? Was ist denn... Hallo? Ah, geht doch. Hast du dir die Dschungel... Dschungel... Dschungelbäume angeguckt? Ja. Wunderschön, oder? Ich habe sie mir nicht angeschaut, aber egal. Warum nicht? Sie sind wunderschön. Gibt sie dir auch etwas an? Ich habe echt nicht angeschaut. Du wirst ausrasten vor Freude, wenn du sie siehst. Wie macht man denn diesen Scheiß? Was willst du denn machen? Ja, gar nichts. Sag's doch dem Onkel Phipps. Ich krieg keine Hallows hin. Verdammte Scheiße. Egal. Wöchte ich dir helfen? Nein. Ich ja nicht. Ganz energisch. Nein. Das ist doch eine Scheiße hier, was soll das? Mann. Könnte ich vorausrasten? So. Ich hätte heute morgen ausrasten können. Warum? Aha. Warum wohl? Nein. Nein. Das habe ich so lange nicht mehr gespielt. WTF, was geht mit dir schief? Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich wirklich auch gefragt. So. Da kann man das so machen. Und da kann man das so machen. Aber das funktioniert nicht. Nein. Mhm. So. Das klingt alles höchst interessant, aber die Thesen stimmen nicht. Hallo. Ah. So. Kann man das machen. Weil das Robber ist. Yeah. Geht's dir gut? Vor allem. Das resten alle hier. Vor allem alle. Denk ich nur ich aber. Nö. 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 Schon ganz richtig. Okay. So funktioniert das also. Ich glaube hier hinten mache ich mal was Künstlerisches hin. Wer ist der Baba? Was? 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 Hier hinten baue ich was Künstlerisches hin. Okay. Was schönes. Was nicht verwelkliches. So. Jetzt haben wir eine Brick Slap. Eine Bitch Slap. Ich glaube da mache ich eine Blumenwiese hin. So komisch wie es klingt. Eine Blumenwiese. Eine Blumenwiese. Ah. Ah. Ja aber eine schöne. Ah. 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 Kann da auch einen Friedhof hinbauen. Kann da auch einen Friedhof hinbauen. Mach's eh nicht. Davon wisst du nicht. Ah ok. Dann brauche ich da einen Friedhof hin. Nennt man das schon heutzutage so. Ich glaube ja. Wenn man einen Friedhof baut. Guck mal lieber mich an. Ja. Ich baue hier schöne Dinge alter. Microblocks. Schöne Dinge. Jetzt gehe ich Witherfarm. Jetzt habe ich genug alter. Jetzt reicht es. Und das erste Portal. Der erste Portalgang geht an mich. Wenn ich zwei Köpfe noch finde. Pilar. Okay. Das macht man einfach so. Das. 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 Pam. 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 Wither. Ach wir haben schon zwei. Wir brauchen nur noch einen. Gay. 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 Was? Wir brauchen noch zwei. Äh ein. Wither. Wither. Für die erste. Ey guck mal. Ich habe etwas Schnickes gebaut. Ich bin im Nether. Ich kann gerade nicht. Du bist ja so fail. Du kenn. Ich bin fame. Ja. Aber nicht fail. Oh. Fips. Dünnes Eis. Was. Dinger. Und ich liebe die Musik übrigens gerade. Die ist voll geil. Ey die sind doch nicht One-Shot. Von weiter weg auf jeden Fall. Von. Naja da musst du dich zu Treppen alter. Das ist alles Übung. Du musst du richtig treffen oder da. Konkret. Konkret. Krä. Woah woah woah. Woah. Blaise blaise. Keep calling. Alter dieser Rückstoß. Ne der geht ja mal gar nicht. Sag ich dir. Der geht ja mal gar nicht ey. Erdbeerkäse oder was. Ooh ja. Peter auch. Ich habe keine Käse. Döp. Das sieht du doof aus. Mh. Das sieht du doof aus. Er ist wirklich gestorben. Das ist ein Wunder. Cree, oder was? Kann man damit jetzt auch abbauen? Wenn du... Oh nein, kann man nicht! Nein, ich hab's nicht! Nein, hab ich nicht! Wie viel kostet das nötige Tool? Musst du mal gucken, bin ich mir jetzt nicht sicher. Bin ich mir jetzt nicht sicher? Sag dann. Deine Antwort ist, bin ich mir nicht sicher. Aber in Wirklichkeit meint er, ich scheiß da drauf. Eigentlich ja. Weißt du? Weiß schon, was du meinst. Jaja, man kennt sich, ne? Man kennt sich. Genau, so sieht's aus. So. Den geht's auch rein. Kann man da hoch? Ich hab heute irgendwie noch Bock, auch noch was anderes aufzunehmen. Keine Ahnung. Was denn anderes? December? Zum Beispiel. Da bin ich so richtig schlecht drin. Also nicht richtig, aber einigermaßen gut. Tja. Alter, dieser Gas kotzt mich an, ne? Der kriegt jetzt erstmal auf die Presse. Alter, auf die Presse, oder was? Ich hab grad was Schönes gebaut. Ich hab für unsere Solarpenne ein schönes Haus spiniert. Schönes Haus. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Das sieht eigentlich geil aus. Das geht ja immer noch. Ja, das geht immer noch Sonnenlicht. Also funktioniert. Wow, da ist ja Feuer. Feuer, 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 Feuer. Erinnert mich irgendwie an Team Fortress. Warum? Na ja, die sagen da auch Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, 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 Feuer. Ich hab noch einmal kurz gespielt. Müssen wir auch mal zusammenspielen, ist auch richtig lustig, finde ich. Ich hab's noch einmal kurz gespielt. Findest du's lustig? Äh, ich mag's nicht, um ehrlich zu sein. Warum? Weil's kein richtiger Shooter ist, ist es eher... Es ist ein lustiger Shooter, bei dem du dich nicht wirklich aufregen kannst. Das ist ja das Geile daran. Doch! Scheiße, nein, du kannst dich nicht aufregen dabei, weil das ist zu lustig. Böböböböböböböböböböböböböböböböböbö Es ist einfach zu lustig, dass du dich aufregen könntest. Hallo? Hallo? Stürbst du? Und du auch bitte. Was sind die jetzt? Das gibt's doch nicht! Ich will diese Kamehameha-Kugel haben, Alter. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht nicht. Die ist scheiße. Warum nicht? Die ist scheiße. Sie ist verdammt nochmal geil. Nein, die ist viel schlechter als das Ding. Na, das sagst du Aber diese Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z, Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z Zerstörungskraft Daran Daran liegt's Oh, diese Wie soll ich diese Feuerfledermaus mit dem Dings treffen, Alter Ah, ach, ach Jetzt, hab sie getroffen Okay Oh nein Du musst dir da mal angucken, wie das aussieht Ich hab ein Pikmin getroffen Hab ich Ich hab ein Pikmin getroffen Ich hab ein Pikmin getroffen Oh nein Ah Mama Mama Schlimme Slenderman Eskalation. Ja. Was up? Alter, diese... Geh doch weg, scheiß Fledermaus, Mann. Du musst dir das dann trotzdem angucken, hier. Was möchte ich mir angucken? Das ist so lappenne, wie ich das gebaut hab. Nein. Nein! Die Fledermaus! Die tötet mich, oder was? Was geht denn jetzt ab? Im Portal, hilf mir! Ich muss noch zu viel... Ich bin drüben, zu viel... Was denn, Alter? Stop. Ich sterbe. Ich bleib nicht bei dir. In der Tür. So leicht. Bin ich tot? Bei mir leckt es grad. Bin ich tot? Sag's mir nicht. Eigentlich nicht. Nö, du lebst. Oh, jetzt. You're alive! I will survive! I will survive! Oh no! Was? Lass uns mal rausgehen. Ich muss hier aber Saplings und Dingenskirchen mitnehmen. Bone. Ich muss dann oben am System noch ein bisschen was basteln. Dann mach's doch einfach. Mach's doch einfach. Was ich auch noch machen muss ist... Habe ich das jetzt hier schon umgestellt? Ja. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, Leute. Bei so Energy Tesseracts, wenn ihr da diese Kabel hier dran schließt, müsst ihr hier mit einer... Hier? Mit einer Wrench draufklicken, damit das orange wird. Weil sonst fließt hier kein Strom lang. Und das... Dann funktionieren die Maschinen nicht. Das wusste ich auch erst da rausfinden. Ich glaub, die wissen alle, wovon du redest. Die wissen's. Ich hab's doch grad gezeigt. Die wissen mehr als du, also... Was willst du eigentlich? Hier unten funktionieren jetzt die Maschinen. Hast du das gehört? Äh, gesehen? Ja, unten funktionieren die Maschinen. Ne, ne, hab ich nicht gesehen. Die BC-Maschinen. Hier, das Haus hier. Ne. Bin schon weg. Nein, hinter dir, Alter. Was? BTF? Dschungelbäume. Ja, hab ich doch gesagt, verdammt. Guck dir den Scheiß doch mal an, jungen Jonge. Welcher Scheiß denn? Komm, halt mit. Du beschreibst es... Ich will nicht nochmal nach... Musst du dir nach unten... Nein, du musst doch nicht nach unten. Hier draußen steht der Scheiß doch. Ach so. Ach so. Kann man das so lassen? Wow. Wunderschön. Also... Hätt's nicht besser machen können. Findest du's scheiße? Voller Elan. Also hättest du das wenigstens an den Weg angepasst, dann hätt ich's gut gefunden. Wie an den Weg? Ja, guck dir das doch an. Du hättest hier den Pfeiler hin machen können und hier. Äh, hier. Also einen nach rechts verlegt. Guck. Ne, soll ich's noch so machen? Ja. Bitte. Guts. Danke. Das ist jetzt nicht um dich zu ärgern, es ist einfach der Einheit. Also du... Du findest es scheiße. Ich hasse dich. Ja. Äh, wie lange haben wir eigentlich schon? 15 Minuten. Stimmt schon wieder überschnell. Ohoho. Wow. That was easy. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich hasse Phipps, das wisst ihr aber alle schon. Ja. Wollen wir hier zu erzählen hier. Genau. Wollen wir hier nichts erzählen, ja. Wird ja, wird ja alle, ja, wird ja alle. Aber ich sag, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Du gehst schlafen? Gehen wir schlafen? Nein, wir gehen nicht schlafen. Natürlich, wir brauchen Strom, Alter. Nein. Wir sind overpowered, Alter. Wir sind overpowered. Overpowered. Au, au, au. Oh. Ah. Gebischer Luftkampf. Ich töte dich eh, aber egal. Ich möchte es nicht. Bitte lass es. Alter. Oh. Aber du hältst doch mehr aus, als ich gedacht hätte. Wo ist der hin, Alter? Wo ist der hin? Mach mir die Kamehameha-Kugel drauf. Zerstöre ich dein Haus, Alter. Das will ich eh abbauen. Das kommt in der nächsten Folge. Na, dann zerstöre ich's. Okay. Ich will jetzt sagen, bis zum nächsten Mal, Schokolade ist ungesund. Ja, hey, das hast du von mir. Ich will die Kamehameha-Klade. Oder? Ja. Die Mauer muss weg. Ja. Wir wissen nicht. Achso, das steht ja im Haus drin, stimmt. Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss.